So, ja, Herzlich Willkommen, ähm, Kekka Yo, ähm, Folge 32, ach, schon wieder keine Rubin. Ja, mit den Rubin sieht es relativ gut aus, wir haben, es fehlen knapp über 5 Stück, die sollten wir heute auf jeden Fall noch zusammen bekommen. Also, so gesehen, dass wir die Transvention locker schaffen, jetzt müssen wir nur noch schaffen, über Level 300 zu kommen. Wir haben Gold, oh, ist ja nicht gerade viel. Wir haben nochmal Gold, ist auch nicht gerade viel und wir haben gekacken, komm, lassen wir erstmal. Was wir machen, ist das Ding deaktivieren und dann, äh, aktiven und dann gucken wir mal. Boah, Alter, wir können uns 100 Level leisten, wollt ihr mich, boah, Alter Schwede, ihr wollt mich doch ruinieren. Ähm, okay, nochmal 100 Level geht ja leider nicht, aber gut. Äh, dann tasten wir uns mal langsam an ein... Ach, halt. Ist schon nicht schlecht, kann man, kann man, kann man, ja, kann man so sagen. Okay, dann gucken wir mal hier, ähm, la la la. Weiter Level bringt fast gar nichts. Gut, wir puttern erstmal alles hier rein. Upgrades haben wir alle gekauft, sehr schön. Dann, ähm, ja... Ah, okay, jetzt wird langsam wieder langsamer. Tja, die Frage ist, können wir uns jetzt Radelia leisten? Glaubt mal, da ist der Unterschied noch ein bisschen zu groß. Das kriegen wir ja wahrscheinlich frühestens in der nächsten Folge hin. Da können wir uns nur gehen, wie wir wollen. Ah, siehst du, schon sind sie mehr wert. Die guten Seltner. Oh, ein Boss, oh mein Gott. Aber leider kein Final Boss, war ja klar. Gut, okay, dann legen wir mal alles hier auf die, ähm... Ähm, eins, zwei, sieben, acht, drei. Und dann noch vier, fünf. Bam, so, dann haben wir alles. Das kann ich auch noch mal aktivieren. Dann, ja, kommen wir schneller voran. Woher wie das aussieht. So, damit haben wir den Level 200 quasi schon mal, ähm, geschafft. So, okay. So, okay. Gut, es stagniert langsam. Das heißt, jetzt kommst du ran? Das hat den wir für einen Level gereicht? Was? Ach, egal, Alter. Ich hoffe, diese Ineffizienz. Wow. Oh, sieben Heldenseelen. Nicey-dicey. Sehr schön. Ich habe gerade mal 19 Stück. Gott. Gott. Ah, mal. Oh, müh. Oh, müh. Oh, müh. Oh, müh. Oh, müh. Einfach nur, ah ja, fast ein E40, ey das ist so teuer, warum ist das so teuer? Ich meine, wenn wir ihnen das leisten können, dann kriegen wir damit nochmal einen Extremschuh, aber dazu müssen wir es halt erstmal leisten können. Und solange das nicht der Fall ist, hängen wir irgendwie quasi auf dem hier fest. Und ja, kommen individuell in den Bereich, wo er halt super ineffektiv wird, wo die Level halt einfach akostrophisch viel kosten. Doddy ist schon hart, traurig. So, dann hoffen wir mal, dass wir den Boss-Speller in 200 auch schaffen. Und wenn nicht, wird es peinlich. So, dann hoffen wir mal, dass wir den Boss-Speller in den Bereich haben. Leider auch nichts, hier 100 Level zu kaufen. Dafür sind sie halt einfach alle 40-fach. Fähigkeiten haben wir bereits alle. Wir können wirklich nur noch darauf setzen, ja, die Kampfkraft als Leute zu erhöhen. Und das geht halt nur noch mit dem letzten. Das ist traurig. Ein Rubin, yay, jetzt haben wir nur noch vier. Konke, Scheiße. Da kriegst du ja, äh, kriegst du ja was, kriegst du da. Da kriegst du aber alle, jetzt kriegst du da, ja. Hallo. Also, ja. Gut, ähm. Tja, wäre eine Möglichkeit, quasi als Notfallplan, wenn das nicht gehen soll, wie das, hä? Oder sonst nicht gehen sollte. Oh, da ist er ja schon, der nächste Boss. Äh, ja komm, machen wir. Ja, danke schön. Äh, wow, das ist genau das, was ich, ähm, ja, mir ewig gewünscht habe. Ich bin entschickt, beschickt. Ach komm, hier. Schau mal, wir sind es ein Rubin. Was auch immer das bringen mag. Wahrscheinlich gar nichts, aber gut. Gut, das bringt auch mal schon gar nichts, so bei. Na doch, das können wir schaffen, tatsächlich. Oh, das war aber gerade echt, älter. War schon knapp, ne? War schon echt hart. Das Problem ist halt doch immer, es ist halt immer so zufällig mit diesen kritischen Treffern. Äh, also, ja. Man geht relativ gut, dann hängt er mal wieder ewig und man denkt so, scheiße, das schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Äh, äh. Wer findet so was? True Story, wer findet so was? Na gut. Ähm. Wow. Aufgrund der schieren Masse an Gold, die wir von dem Buff bekommen haben, können wir uns ein Level leisten. Ich bin so total aufgeregt, ey. Boah. Das ist ein Traum, ey. Ein Albtraum. Ah, ja, ja. Ah, natürlich, also, bis Level 200 zu kommen, war es gar nicht mal so schwer. Das Problem ist, um halt weiterzukommen, müssen wir es halt den hier leisten können. Und das wird noch ein bisschen dauern, dass wir uns den leisten können. Ah, 33er, das ist alles ein Witz. Wir bräuchten viel, viel mehr Gold. Oh mein Gott. Na gut, dann muss ich mal sagen, das war es den meisten wieder mit der Folge. Ähm. Da sehen wir uns dann zur nächsten Folge. Mal gucken wir mal, wie weit wir denn kommen. Das heißt, ab der nächsten Folge werde ich dann dir wieder ein bisschen, ähm, ja, Bedachter einsetzen, um möglichst weit zu kommen, damit wir möglichst viel Gold verdienen, damit wir uns das vielleicht heute Abend, äh, dann den hier leisten können. Bin ich mal gespannt. Bin ich echt gespannt. Wow. Gut, okay. In dem Sinne, dann, jo. Sehen wir uns gleich zur Extermination Day wieder. Ansonsten erstmal, ciao, ciao.